Moinchen Leute und jetzt wird ein Ärscherquickt in einer weiteren Runde Payday 2 mit meinem treuen Begleiter Max an der Seite. Hallo. Ich habe mir mal einen neuen Charakter ausgewählt mit der Maske, weil ich die Maske einfach nur Babo fand. Und dann fangen wir doch schon mal an, unseren Überfall zu starten. Diamond Store, Diamond Store, ja, wir beklauen den Diamond Store. Da gibt es richtig viel an Juwelen und so, die wir mitnehmen können, also an berichtbar Geld. Ja, sagt der Name schon, ich bin ganz kurz weg, nochmal die Tür ankippen. Ich bin wieder da. Überspringen wir, warte ich halt hier. Ist es bei dir auch auf Englisch? Ja. Ja, weil das ist eine neue Mission. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt am besten vorgehen. Wollen wir hinten reingehen, das wäre leicht schlauer, oder? Ja, muss schon auch sein. Auf zu rennen und aufgechillt mal. Oh, naja. Autoladen kann man hier reingehen, aber das wäre cool, weil bisher, was mir bisher bei dem Spiel nicht arg gefehlt hat, ist, dass man, dass wir zwei Läden sind in der Nähe, aber du da nicht reingehen kannst. Das hat mich immer extrem gestört, irgendwie. Ja, doch, du kannst rein. Ja, da habe ich gerade schon getestet. Ey, wo bist du hingespringen? Hör auf zu sprinten. Ich bin jetzt am Haus. Ich kann da auch nicht sprinten, ich habe die Maske ja noch nicht auf. Hier sind zu viele Leute. Ja, nur ein paar Zivilisten, die können uns ja nichts anhaben. Ja, wir gehen dahinter. Da oben ist eine Tür. Ich guck kurz, was die für ein Schloss hat. Okay, müsste man aufschließen. Könnten wir nicht aufspringen. Guckst du mal, ob da hinten irgendein Eingang ist? Hier hinten? Nee. Sind nur zum Schließen. Ähm, Luftfescher. Doch, hier ist ein Eingang. Guck mal hier. Lass mal hier versuchen reinzugehen. Boah, hier die Raucher, die sollten mich abknallen, ey. Ich mach das, okay? Ja, das auch mal. Ready up. Maske auf. Aber bleibt so, dass da auch keiner dich sieht, auch kein einziger Zivilist darf dich sehen. Ja. Ich stehe hier hinten. Wie das aussieht beim Schloss knack, ne. Deine Waffe ist doch nicht hier drauf. Die Tür geht doch nicht durch. Ja. Leute, der checkt sich. Der ist nicht gecheckt, jetzt ist der schon der Fall. Warum hast du den jetzt nicht im Nachkampf geflittert? Man kann, glaube ich, keinen im Nachkampf tun. Aber stimmt, wenn ihr die knackst, du grad mal das Schloss hier. Ach, kann ich auch machen. Du guckst dir so an die Kameras ein bisschen an. Oh ne, jetzt geht der Alarm los. Okay, war keine UD, hier hinten reinzugehen, aber ich wusste nicht, was wir uns hier erwartet. Nachkampf wäre eine gute Idee eigentlich. Wie kann ich hier wieder raus? Warte, ich muss hier... Ach so, ich... Ach so, verlassen Space. So, hier ist auch offen. Und jetzt drape ich mir schnell den Laden. Goll! Hier erstmal nur das kleine Tür im kleinen Stück. Pass auf, die Bullen auch, hier drinnen sind schon Bullen. Ja, das ist nur ein Sicherheitszweich, ähm... Ist nicht so heftig. Nur das kleine nehmen. Also, eine Tasche kannst du dir auch schon auf den Rücken schneiden, aber... Ich nehme eh, ich nehme eh das ganze Kleinsgeld. Ich nehme eh das ganze Kleinsgeld. Wir müssen aber viel große Backs sichern. Ja... Ich besteh hier mal die ganzen Diamanten. Ich habe richtig viel hier. Aber auf, Alter. Oh, Polizei-Vorschluss. Das ist kein Indiex. Ich bin auch keine Geiser, dann könnt ihr euch jetzt den Mist befreien. Der eine hat schon einen großen Rucksack auch. Bist du das? Ja. Na, dann nehme ich jetzt auch mal einen großen Rucksack. Nimm auch einen mit, weil... Hab ich. Recht schnell flischen. Ah, diesmal. Das ganze klappt hier schon. Alter, jetzt ist die da vorne ein bisschen fest. Da kann man mal gar nicht schießen. Das ist ein Geschenklo. Das ist ein Geschenklo. Wenn du da bist. Ich habe das einfach mal. Das ist ein Geschenklo. Verdammt. Fuck you. Ich dachte, er ist hier drinnen. Dabei hat... Da hat er einen Faust weniger. Meine sekundäre Waffe ist das eigentliche oder besser als... Alter, Scheißrauch. Das war letztendlich eine deckung, Alter. Ich hab schon so richtig gesperrt Ich bin hochgesperrt, ja, ich sitz oben Was haben wir auch im Treffen? Der Rauch pisst mich grad irgendwie voll an Rauch ist aber nervig Ja, der ist jetzt weg Nix, da kommst du nicht rein, Headshot-Hedge Ich guck mal hier oben, was es hier gibt Hier ist ne Tür Ich komm mal hoch Ich knack mal das Schloss Nein, nein, lass uns zu mit dir, lass uns zu Dann haben wir noch, es ist auch noch andere In der Polizei, wir haben unten schon einen Ausgang Da müssen wir die Polizei nicht auch noch reinlassen Wie sieht die aus? Achso, die kennen die Wenn man da reinkommt Ja, die kommen dann da durch, sobald sie es auch nicht haben Okay Alter, die Pussy hier ist übrigens geil Du hast die ganzen Bullen an dem Eimfenster Oh mein, ich bin da drin 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 Räuf und hoch Die stehen genau da unten Oh, der ist hier vorgeschlossen Ach, nix, ist unser Mann Von hier oben hast du die Oberhand Oh ja Oh, das ist ein Polizist gewesen. What the fuck? Oh, steht gerade der Zivilist in Flastik komplett geschossen, ey. Wie lange müssen wir jetzt hierbleiben, wann ist unser Typ? Boah, kein Plan. Okay, komm mit. Wir gehen jetzt schon mal zu unserem Ausgang hin, obwohl ich weiß nicht, wo der ankommt. Ja, da ist er, da ist er. Okay, raus, unten raus, wo wir auch rein sind. Wenn ich nur wüsste, wo das war, Alter. Äh, ich glaube, dass ich wieder zu vom WoW gekommen bin. Nein, stimmt nicht, aber... Nee, wir sind von der Seite, weil... Ja, ich bin... Ich bin... Du musst vorne lang spacken, ganz knapp. Ja, ich bin da, aber... Alter, aua, 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 aua. Boah, das ist eine gute Position. Letztes Mal, als ich gespielt habe, muss ich immer über die ganze Straße laufen. Okay. Das geht ja jetzt recht schnell hier. Aua, ich brauch gleich mal die Arzt-Tasche. Juck, nein. Können wir dann mal beim Fluchtwagen machen? Alter, es steht mit der Shotgun hier drinne. Hast du die Fluchtboite geholt? Warte, ich hab mich drauf. Ich glaube, ich laufe eigentlich nicht selber. Ich werde von überall beschossen, Alter. Ich komme nicht mehr dazu, so eine große Tasche zu holen. Ich auch. Ja, Alter, ich hab schon eine geholt. Nimm aber auch noch eine, wenn du in der Film bist. Ja, ich mach grad. Ich mach grad. Los, los, los. Hab. Ja. Hast du eine? Sehr gut, ich hab auch noch eine. Dann haben wir sogar fünf rausgebracht. Weg von hinten. Moment, ich hab auch noch eine rein. Wollen wir noch einen zahlen? Doch, doch. Nee, komm. Wir haben schon fünf geholt. Okay, Berechner. Ich weiß nicht, ich hab schon so schlechter Fahrung gemacht. Ich bin manchmal schon vom Auto verreckt. Ja, ja, es ist ja kein Problem. Ich bin nicht immer so, oh. Alter, das ist ja ganz schön knapp jetzt. Ich glaube, wir müssen jetzt auch noch fliehen. Mal gucken, was es bringt. Oder müssen wir fliehen? Nee, wir müssen nicht fliehen. Oh, nein, 73.000 hab ich bekommen. Ja, ich schau auch. 73.143. Nee, die 573 ist lieber. 73.000. Erfahrung, 728 Level aufgestiegen. Was? 2.000, ja. 2.300. Ja, ich hab 2.113. Ich hab grad mal die Hälfte von, weniger als die Hälfte von mir. Ach, wir müssen euch empfiehen. Gut. Nie beziehen. Ich nehm mal die Gründe im Hintergrund. Ich hab, gestern hab ich wieder 40.000 gezogen. Ich hab zwei Masken weg. Ich hab zwei Masken weg. Das krieg ich. Wasser, Wasser, komm. 4.000 EP hab ich bekommen. Schaufschutz verschafft aus Holz. Leute, ich hab 4.000 EP bekommen. Das ist, glaub ich, recht viel. Ja, bestimmt. Ja, 4.000 EP ist doppelte von der Mission. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall Stufe 20. Naja, Leute, dann verabschieden wir uns, würde ich sagen, oder? Haut rein. Jo. Jo, ciao.